Ich positioniere mal kurz die Kamera. Ich hab dich getötet. Jetzt warte noch mal kurz. Oh, Alter. Okay, wacke ich nicht so am Sofa, die Kamera ist justiert. Jetzt, warte mal, wo bin ich denn jetzt? Jetzt mach mal J. Jonah Jameson jetzt. Oh, wie hab ich denn hier? Alter, das ist so großartig. Jetzt mach doch mal. Alter, wie er abgeht. Jetzt mach doch mal J. Jonah Jameson. Ich hab mir das geile Theaterstück eingeprobt, Alter. Du bist nicht J. Jonah. Ja, wo ist denn der denn? Der mit dem Mittlerbart, Alter. Ich will Tränen sehen, Baby. Peter, du hast... Warte, 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 nein. Ich hab die Kamera nicht draufgehalten, Moment, 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 Moment. Peter, warte mal kurz. Dafür mach ich ein Vorwärtszeit. So, jetzt bin ich da. So, hier, ich bin Peter Parker, hallo. Peter, ich werde jetzt in dieses Auto einschränken, das ist zu überfahren. Nein! Du hast ja noch keine Fotos mitgebracht, du Asi. Aber, 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 Boss... Was für Fotos soll es denn sein? Von Spider-Man. Boss, hör auf mich zu überfahren, Boss. So, jetzt warte, jetzt, Boss, Boss, geh mal kurz weg, Alter. Boss, jetzt warte ein paar... Alter, Boss, Alter, Boss, jetzt warte doch mal jetzt. Boss, jetzt... Okay, also, was soll ich denn die Fotos von Spider-Man bringen, Alter? Da hoffe ich zu überfahren, Alter. Warte, ich muss mal kurz hier hinter diese Säule gehen, warte mal kurz. Jetzt sieht man doch gar nicht, was ich gemacht habe. Ja, ha, ich bin Spider-Man. Das ist dein Theaterstück jetzt. Oh nein, das ist ja voll der Story-Schritt. Da kann ich dich ja gar nicht bezahlen, du hast mich ja voll getrogen. Alter, das ist so geil. Hier, Jay-Jonah, warte, wo ist Jay-Jonah, 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 Alter, der spackt immer so rum, der Spider-Man. Hör doch mal auf, jetzt hier rumzuschleidern, Alter. Zu Spidern? Zu Spidern. Wo bist du jetzt? Alter, der hört nicht mehr auf. Der hört nicht mehr auf, ja. Wo bist du denn jetzt? Nein, du bist... Du musst Jay-Jonah-Jay-son sein, Alter. Warte, 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 ich bin gleich Jay-Jonah-Jay-son. Ja, Mann. Ich habe keine Ahnung, ich mache halt auf. Nee, ich mache auf. Peter, ich komme. Peter, ich komme. Ich komme, Peter. Ja. So. Peter, wo sind meine Fotos? Ich bin doch... Du hast Spider-Man zerklopft, Alter. Ich bin Spider-Man und nicht der Peter. Du kennst doch meine... Meine wahre Existenz kennst du doch gar nicht. Spider-Man, wo ist Peter? Moment. Mr. Jay-Jon warten zum Akkord, bitte. Ich muss jetzt hier... Warte mal. Mr. Jay-Jon warten zum... Oh nein, wo ist Spider-Man? Und was ist das da hinten bei Ihnen gekommen? Ja, Mr.... Ja, Mr. Jackson. Mr. Jay-son, Alter. Ja, wie ist es schwarz? Ja, Mr. Jay-son. Das ist super lustig. Mr. Jay-son, wo ist denn der... Das kriegst du denn jetzt? Ja, warte noch mal, wo bist du? Ja. Ja, dann müsste... Mr. Jay-son. Der kann einen Dropkick machen. Ja. Mr. Jay-son. Ja. Mr. Jay-son. Doi. Weißt du wie zu zacknoppte? Alter... Alter, Alter, howеп ist das ein deinem Spiel, Alter? Was ist das? Die Negelspiele sind alle die besten Spieler. Wir haben echt nicht... Wir haben echt nicht gekifft, aber ich habe gerade so einen geile Lach vielleicht, Alter. Ich wollte ja so ein kleines Diaterstück...